Hi, was geht? Heute mit einem 7 days to die Modding Tutorial, in dem ich euch erkläre, wie ihr sleeper in eure Prefabs einbauen könnt. Wie man Gegner richtig platziert und zum Leben erweckt, erfahrt ihr in dieser Episode. Reden wir nicht lange um den heißen Brei und legen direkt los. Bevor wir das Spiel starten können, benötigen wir eine Prefab, die in der Regel aus ca. 5 Dateien besteht, wovon wir die XML-Datei auswählen und mit Notepad++ öffnen. Kopiert nun die Codezeile aus der Beschreibung und fügt sie so wie im Video gezeigt ein, später mehr dazu. Vergesst am Ende nicht zu speichern und startet anschließend das Spiel. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine Prefab erstellt, schaut euch das Video an, das ich jetzt einblende. Im Hauptmenü wählen wir jetzt den Prefab-Editor aus und drücken nach dem Laden Escape, wo wir auf der rechten Seite den Reiter Prefab-Browser auswählen. Benutzt nun die Suchleiste, um eure Prefab zu finden und ladet sie anschließend mit einem Doppelklick. Soweit so gut. Als nächstes kommen die Sleeper ins Spiel, die wir im Kreativmenü finden können. Drückt dazu standardmäßig die U-Taste und gebt in der Suchleiste den Begriff Sleeper ein. Wie ihr seht, gibt es mehrere Zombies zur Auswahl, die sich aber nur durch ihre Ausrichtung unterscheiden. Was genau spawnen soll, kommt später. Außerdem gibt es extra Sleeper für Krabbler, Wölfe, Bären, Schweine, Geier, Schlangen und Zombiehunde bzw. Bären, deren Funktion selbsterklärend ist. Zur Vorführung nehme ich diese 2 und 1 Hund, die ich nun in meiner Prefab platziere. Einen kleinen Moment. Okay, fast geschafft. Im letzten Schritt müssen wir noch die sogenannten Sleeper-Volume einbauen, da aktuell kein Gegner erscheinen würde, wenn wir die Karte testen. Zu diesem Zweck haben wir ganz zu Beginn unsere XML-Datei editiert, sodass wir jetzt über Escape im Reiter Level Tools diese Option auswählen können. Dadurch erscheint irgendwo auf der Karte ein kleiner blauer Kasten, indem wir durch Halten der Alt-Taste und einen Linksklick auswählen können. Anschließend können wir ihn wie eine Prefab-Auswahl mit G bzw. Shift-G bewegen und verändern, sodass er den Bereich abdeckt, in dem sich unsere Sleeper befinden. Guckt nun auf den Kasten und drückt K, um die Optionen zu öffnen. Abgesehen von den ersten zwei Optionen um links, die wir einfach ignorieren, ist alles recht selbsterklärend. In dieser Sparte legen wir fest, wie viele Zombies erscheinen sollen, wobei man z.B. zufällig 1-3 einstellen kann oder fest 3 von 3. Die Anzahl aller Sleeper in der Auswahl kann man übrigens hier sehen. Hier unten kommt der interessante Teil, wo man aussuchen kann, welche Gegner erscheinen sollen, wobei die Zusammenstellung von der Entity Groups XML abhängt. Kriecher und Tiere bilden eine Ausnahme, da es keine unterschiedlichen Ausführungen gibt, weshalb die Zombie-Art egal ist. Ich werde jetzt 3 von 3 auswählen und Generic Zombie. Danach können wir die Prefab und der Escape speichern und testen. Wie ihr seht hat alles wunderbar funktioniert und unsere untoten Freunde warten auf ihren Dornröschenkuss. Allerdings gibt es noch zwei kleine Problemchen. Erstens kann man auf diese Weise nur eine Art Zombies auswählen und zweitens werden unter Umständen mehr Zombies gleichzeitig wach, als man eigentlich geplant hat. Um das zu vermeiden, bietet es sich an, die Sleeper in verschiedene Gruppen zu unterteilen. Ich zeige euch am besten, was ich meine. Zuerst ausstellen wir eine Kopie unseres bisherigen Sleeper Volume, in dem wir es auswählen, Escape drücken und diesmal unter Level Tools diese Option nehmen. Jetzt passen wir die beiden Kästen so an, dass dieser Zombie alleine und diese beiden zusammen sind. Als nächstes öffnen wir wieder mit K die Option, 1 von 1 und brennend und diese beiden 2 von 2 Generic. Am Ende nicht vergessen zu speichern. Wenn wir nun das Spiel starten und in unsere Prefab gehen können wir die Früchte unserer Arbeit sehen. Alles klar, soweit zum Einbau der Sleeper. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte und bin schon gespannt auf eure fantastischen Kreationen. Ich bin damit auch raus für heute und würde mich wie immer über einen Motivations Daumen nach oben freuen. In dem Sinne, habt eine geschmeidige Woche und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.